Hallo, ich bin eure Bundestagskandidatin für Augsburg Land und Eichach Friedberg. Ich bin Heike Heubach, 41 Jahre alt, verheiratet und habe zwei Töchter im Alter von 18 und 15 Jahren. Meine politische Motivation habe ich durch die Teilnahme an einem Halbmarathon vor drei Jahren gemeinsam mit meinem Vater. Und das war so ein unglaublich tolles Gefühl und das möchte ich auf die Politik übertragen. Im letzten Jahr beteiligte ich mich aktiv am Kommunalwahlkampf für den Stadtrat und die vielen Besuche bei den Bürgern waren sehr bereichernd für mich. Dann wurde mir die Anfrage gestellt, mich als Bundestagskandidatin aufstellen zu lassen. Ich sagte zu und will seitdem für euch und eure Wünsche kämpfen. Ich weiß, was ihr braucht und will gemeinsam mit euch Veränderungen bewirken. Gemeinsam schaffen wir das. Ich bin Heike Heubach, eure Bundestagskandidatin.